Hey, du weißt du so, nee, guck mal, ich bin seit dem nächsten Mal keinen Meter weiter gerettet. Und ja, diesmal ist wirklich ne Pause dazwischen und ich... Ja, du spielst ja eh immer weiter. Diesmal war wirklich ne zweitägige Pause dazwischen. So, da habt das. Eie, komm, lass mich mal da runter... Oh, guck mal, dieser dunkle Garten! Garten? Oh mein Gott, Garten! Was hab ich mit Garten? Ich würd' sagen, Graben! Oh mein Garteners! I'm so amazing, Freak, whatever. Ach Gott, ich hasse Englisch, egal. Ich liebe es, Englisch zu reden, auch wenn ich es überhaupt nicht kann. Genau deswegen wahrscheinlich. Yay! Ich bin aufgedreht, hört man es? Nein, ne? Bloß gar nicht, ne? Gar nicht, ne? So, okay. Was wollte ich machen? Ich wollte zur Zitatel in der Zeit, weil Schiek dort noch war. Ja gut, er war da, war er bei unserem Wald. Der wird mir annehmen, nein, das ist nicht mehr Zitatel in der Zeit. Aber ich möchte das Lied für die Zitatel in der Zeit mir jetzt holen. Und das krieg ich dann da drinnen, soweit ich mich erinnere. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich nehm es einfach mal an. Wir sehen die drei heiligen Steine. Hör die Musik. Bäm, 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 bäm. Guck, da ist Schiek. Komm, ist wieder die geile Musik? Du hast jene bösen Geiste vernichtet, die im Tempel hausten, und du hast Salia erweckt. Doch sie ist nicht die einzige, die deiner Hilfe bedarf. Um alle Weisen zu erwecken, musst du noch weit stärker werden. Reise zu den Bergen, in die Tiefen des Wassers und sogar durch die Zeit. Willst du in die Zeit, aus der du kamst, zurückkehren, so platziere das Masterschwert wieder im Zeitenfels. Tust du dies, so reist du sieben Jahre in der Zeit zurück. Es wird die Zeit kommen, da du in Windeseile an diesen Ort zurückkehren musst. Lausche daher meinen Worten. Das Lied, das du spielen musst, um zur Zitadelle der Zeit zurückzukehren, ist die Kantate des Lichts. Ich hab früher mal Kanate gelesen, oder Kakan, oder Kanate, nee, Kanate. Eine Kantate ist irgendwas Christliches, das weiß ich nicht. Na gut, nicht christlich, aber religiös, immer so ein Kirchenliebdings los. Ja, das hab ich mir gemerkt. Ich krieg das hin? Ja, genau, Dore! Oh, meine Bitte! Ich krieg das noch heute noch hin. Ich weiß noch nicht wann. Bei mir gibt's auch so diese Mitteltöne. Nein! Verdammte Scheiße. Ich krieg das hin. Amy! Boah, ich spiel das jetzt einfach so. Ja, dann klappt's natürlich, wenn ich nicht aufpasse, wenn ich mich konzentriere. Och, komm, fick dich. Da-da-da-da-da-da-da Bands, Bands, Bands. Ey, voll unglaublich! Ich geh heute so in die Schule, ne? Höre, höre, höre Musik. Reißt mir meine Freundin ein Ohrstipsel aus dem Ohr, meint so. Hört sich das an? Meint so danach. Ey, der Typ kann saugut singen und das Mädchen auch. Wer ist denn der Typ? Sui. Wer ist das Mädchen? Äh, ich. Oh mein Gott, kannst du kurz singen? Sieh mir was vor. Äh, ihr habt gehört, ich kann nicht singen. Warum denkt ihr, ich kann singen? Oh, scheiße, ich hätte vorliegen so Entschuldigung. Aber das, das, er hat gesagt, wir sehen uns wieder, obwohl es eigentlich ein Mädchen ist. Oh, du Schwuchtel. Ja. So, Link ist jetzt ganz traurig, weil wenn er rausfällt, dann schickt er mich. Naja, das heißt, keiner verstanden, egal. So. Okay, das hätten wir erledigt. Jetzt wollen wir auf Nacht. Ich habe die Sch 너. Aber ganz ehrlich, Kaka. Kaka und Rico. Warum nicht gleich Rico? Komm. Bams, bebeb, beb, bams, bebeb, bams, bebeb, bams, bebeb, bams. Bounce, bounce habe ich gesagt. Dann komm. Okay. Okay. Ich schaff das, ich kann das, ich bin cool. Das sind die pädophilen Leichen. Das sind die... Nee, nicht mehr pädophil, aber... Auf jeden Fall sind sie irgendwie nekrophil. Sie sind ja tot und ficken mich. So irgendwie sind sie schon nekrophil, ne? Ich weiß, das macht keinen Sinn. Nekrophil ist, wenn man Leichen fickt. Aber sie sind selber Leichen. Es würde mich jetzt mal interessieren, was eure Meinung dazu ist. Die Leichen, ja? Sie sind Leichen und ficken mich. Sind sie jetzt nekrophil? Sind sie jetzt wirklich nekrophil? So, halt mal an, Epona. Danke. Ich möchte bitte... Oh, wo ist der Geist? Ach, scheiße, auf den Geist. Ich muss noch mal später 10 Ehrlichter oder so fangen. Und dann gibt es... Naja, gut, es gibt keine Bäume, aber... Okay, als erstes möchte ich noch mal da hinten hin und... Was brauche ich für da hinten? Habt ihr es euch gemerkt von früher? Richtig eine Bombe. Ich wollte die Bomben überall hinlegen, nur nicht da hinten. Egal. Und... Werf sie doch. Werf sie doch. Oh, Link, du bist so dumm. Hoffentlich geht die jetzt richtig in die Luft. So. Bounce. Loch. Loch. Loch, ich liebe dich. Ben. Irgendwas war hier doch. Die kommt mir so riesig voll, so, so größer als die normalen Großen. Irgendwas? Ja, genau. Da. Goldene Skulptur-Anger hier. Gib mir dein Ding. Da, 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 da. So. Goldene Skulptur-Anger. Weiter geht's. Wir haben hier alles erledigt. Yay. Cooles Loch. Loch erledigt. Yay. Yay. Nein, mir geht's gut. Ihr wollt die Drogen auch? Warte. Ich hab einen pinken Inhalator. Mit Spray drin und so. Aber, Moment. Letztes, das hab ich heute Morgen noch. Oh mein Gott. Das ist nicht mehr Morgen. Es ist heute Morgen um sieben oder so. Oder kurz vor sieben. Oder zwanzig vor sieben. Irgendwann da. Und jetzt ist es Viertel nach fünf. Aha. Na, ich hab gerade meine Arme an die Uhr. Oh mein Gott. Ich hab meine Arme an die Uhr. Noch einen Moment. Ich zieh die jetzt aus. Sie ist blau-braun. Nein, das sieht nie scheiße aus. Ihr müsst erst wissen. Ihr müsst erst sehen, wie die aussieht. Das hier da eigentlich ganz gut ist. So, mir geht's gut. Okay. Das sind wieder unsere Schwuchteln. Warum ist nicht der Baum eigentlich so scheiße aus? Guck dich mal an. Die haben Berto und Alba da rum wie kleine Baby-Kackviecher. Und reden auch wirres Zeug. Oh Gottchen. Also für mich wirres Zeug. Oh Gott. Komm, red mal mit mir. Ich schwöre, ich habe ihn gesehen. Ich habe den Geist von Boris, dem Torgengräber im Kerab verschwinden sehen. Man sagt, er lagere viel Wertvolles dort. Ja, super. Und du? Ich höre dir den an. Wer dir aus dem Schloss entkommen könnte, ist ja noch ängstlicher. Na gut. Du mich auch. Ähm. Bitte. Oh nein, 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 nein. Ich bin froh. Ich will noch was gucken. Ich will noch was gucken. Wahrscheinlich geht das nicht. Aber ich mag trotzdem nachgucken. Oh nein. Da gehe ich jetzt nicht spielen. Das kann ich nicht. Das ist ja noch schlimmer als mit der Stahlschleuder. Oh Gott. Ähm. Peace. Ich habe ein neues Huhn gezüchtet. Ich nenne es Kiki. Und ich bekomme keine Allergie, wenn ich es anfasse. Es passt auch in die Hosentasche und ist praktisch, um faule Langschläfer aufzuwecken. Schon mal was davon gehört? Es hat Spaß dabei, richtig laut zu gackern. Ganz besonders, wenn es eine Schlafmütze aufwecken darf. Aber so ganz zufrieden ist Kiki im Augenblick noch nicht. Du, du siehst aus, als hättest du ein glückliches Händchen für Hühner. Hier, nimm dieses Ei mit. Ist Kiki ausgeschlüpft, dann bring es irgendwann zu mir zurück. Und ich schaue, wie es sich fühlt. Was hältst du davon? Willst du es ausprobieren? Ja. Du hast ein Ei, bald wird Kiki ausschlüpfen. Gib es zurück, wenn du es nicht mehr benötigst. Ich gebe dir gar nichts zurück, ich ball das Huhn jetzt. Ah, dein ist blau. Ja, mir geht es gut. Leute, ich will da rüber. Nein, ich will da rüber, habe ich gesagt. Oh, Link, du schwuler Pumpernickel-Sau. Nein, ich habe keine Ahnung, was da eine Pumpernickel-Sau ist. Das hat mir gerade so eingefallen, das Wort. Das musste ich gerade mal aussprechen. Und ich weiß auch nicht, was das ist. Also, du brauchst mich gar nicht fragen. Komm schon, du schaffst das. Du bist cool. Du bist cool, habe ich gesagt. Guck mal, das ist die Bettelfrau. Bitte verkauf mir etwas mit C. Bitte verkauf mir etwas. Bitte in einer Flasche. Später, also was ist später in Majora's Mast? Lager dir unsere Sachen. Das ist sehr interessant. Gehe ich eigentlich nicht noch mehr Pfeile tragen? Sag mal, kann ich eigentlich nicht? Kann ich nicht, ne? Ich kann das nicht. Ich kann das. Also nicht von ich kann nicht, weil ich so doof bin. Ich kann nicht, weil, ja, genau. Sieht aus wie Holz. Ist kein Holz. Ist beschissen. So. Ist doof zu mir, alles. Könnte ich eigentlich? Das ist aber kein... Ach komm schon. Das ist aber kein... Das ist ein komisches... Dingsbums-Dach. Das geht nicht, ne? Oh, ihr seid doch schwul. Ach Leute. Oh mein Gott, ich will diesen Stein werfen. Ich will diesen Stein werfen. Yeah! Ähm, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache einen Kurzschnitt. Bis gleich!